Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Goldsheim. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 20 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 400 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020